Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem Bundestag, in dem natürlich sitzungsfreie Zeit ist und man hat das Gefühl, im gesamten Gebäude ist niemand mehr unterwegs. Dennoch muss man als EU-Politiker natürlich am Ball bleiben, vor allem wenn Angela Merkel auf die Idee kommt, ausgerechnet Flinten-Oschi, ausgerechnet Ursula von der Leyen für das Amt des Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Dass das Ursula von der Leyen gelegen kommt, das verstehe ich ja. Ich meine, wer natürlich Millionen Steuergelder veruntreut hat für Beraterverträge, weil man es selbst nicht auf dem Kasten hat und trotzdem die Bundeswehr ruiniert und der dann einen Untersuchungsausschuss vom Bundestag an den Hals bekommt, der hat natürlich keine bessere Möglichkeit, als sich auf die EU-Ebene abzusetzen. Wie immer werden die inkompetentesten Leute auf die EU-Ebene abgeschoben und es ist nun auch wirklich traurig, dass eine solche Person überhaupt vom Europäischen Rat, also von dem Gremium, in dem die Mitgliedstaaten vertreten sind, so abgesegnet wird. Also da schießt man erstmal diese Pseudo-Spitzenreiter der Parlamentswahlen ab. Es ist ja kein echtes Parlament, genauso wenig konnte es echte Spitzenkandidaten geben, aber das kapieren ja Gestalten wie Macron nicht. Deswegen hat man also ein Spitzenkandidatenprinzip gemacht, wir erinnern uns, mit Weber und Timmermans für die Sozen und so weiter. Es funktioniert natürlich hinten und vorne nicht, weil das eigentliche Vorschlagsrecht eben der Europäische Rat hat und der wählt eben jemanden, der allen Regierungen genehm ist. Es ist mir schleierhaft, wie dann eine Ursula von der Leyen allen Regierungen genehm sein kann, bei ihrer Arbeitsleistung, die sie in der Vergangenheit gezeigt hat, nämlich einer stark negativen. Aber dieses Geheimnis wird wohl nie gelüftet werden. Es ist ja nur bekannt, dass Macron sie gebilligt hat, weil sie ja angeblich so gut Französisch spricht. Als sie sich den Fraktionen vorgestellt hatte und dann irgendwie mit denen geredet hat, da war dann der Kommentar, dass sie hat eigentlich nichts gesagt, dafür aber in drei Sprachen. Mit Verlaub, das kann ich auch. Also wenn Ursula von der Leyen morgen nicht gewählt wird, dann schlage ich mich vielleicht zum EU-Kommissionspräsidenten vor. Ich spreche auch Englisch und Französisch und Deutsch und naja, also insofern bin ich doch der geeignete Kandidat oder selbst wenn ich nichts sage. Müsste man einfach mal probieren und schauen, wie weit man damit kommt. Damit sind wir in der EU angekommen. Allerdings, naja, ich habe vergessen, ich habe halt noch nicht genügend Mist gebaut in meinem Leben, um mich für diese Stelle zu qualifizieren. Pech für mich. Naja, wir werden also morgen sehen, ob das EP Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin wählt. Ich hoffe es nicht. Es wäre nämlich ein falsches Signal für Europa, für die Europäische Union. Es würde sich absolut nichts ändern und vor allem würde von der Leyen den Laden vollkommen runterwirtschaften. Ich meine, das kann man sich vielleicht als EU-Gegner sogar wünschen. Allerdings muss man schon sagen, wir sind ja keine Partei, die die EU zerstören will oder die ihr irgendwie Böses will, sondern wir wollen die Europäische Union reformieren und zurück reformieren zur europäischen Gemeinschaft, die wirklich ein Mehrwert war für die einzelnen Länder. Und genau das wird eben mit einer Ursula von der Leyen nicht gehen, weil sie eine Reform gar nicht hinkriegen würde. Die hat ja auch nicht geschafft, die Bundeswehr zu verwalten. Und deswegen ist es ein schlechtes Signal. Wir können diese Europäische Union nicht fünf weitere Jahre so laufen lassen, wie sie ist. Wir können aber auch nicht einen Macron gewähren lassen mit seinen Sorbonne-Vorstellungen, mit Eurozonenbudget und so weiter und so fort, was vollkommen in die falsche Richtung geht. Deswegen brauchen wir einen starken Kommissionspräsidenten, eine starke Person, die dieses Amt bekleidet, die ganz klar ordentliche Reformvorschläge hat und vortragen kann und dann auch dazu beiträgt, dass sich eben die Europäische Union zum Besseren reformiert und nicht zum Schlechteren. Und genau das ist eben Ursula von der Leyen nicht. Wenn sie gewählt wird, wird sich die Europäische Union weiterspalten. Es wird weitergehen mit den Konflikten. Es werden weiter die falschen Konzepte angewandt werden. Und damit werden wir in fünf Jahren deutlich schlechter dastehen, als wir es heute ohnehin bereits tun. Es scheint ja weiterhin gesetzt zu sein, dass Christine Lagarde, die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Chefin der Europäischen Zentralbank, werden soll. Und was die Frau plant, wissen wir, nämlich reihenweise die Schulden der Staaten aufzukaufen, eine Inflationspolitik zu betreiben. Und weil die Wirtschaft sowieso nicht mehr funktioniert, wir wissen ja, die Industrie beginnt ja bereits, sich in einer Rezession zu befinden in Deutschland. Das will sie bekämpfen mit Negativzinsen, mit Bargeldverbot, damit man also sozusagen Guthaben besteuern kann. Das ist genau die falsche Lösung. Genau das brauchen wir nicht. Christine Lagarde als AZB-Chefin brauchen wir nicht. Und insofern ist es schon ziemlich deprimierend, was als Personalportfolio so gehandelt worden ist. Lauter Loser, die im Prinzip in höhere Positionen gebracht werden sollen. Hauptsache sie vertreten das, was Macron fordert. Es ist wirklich Zeit, diesem Mann Einhalt zu gebieten und seinen kruden, falschen Ideen einer Europäischen Union. Und jetzt genau gegenzusteuern. Deswegen ist meine Hoffnung und auch meine Aufforderung als Europäische Parlament, diese Frau von der Leyen nicht zur Kommissionspräsidentin zu wählen. Herzliche Grüße aus Berlin.